Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer Vorlesungsreihe zum Thema angewandte Mathematik, Mathematik verstehen. Die neuen steirischen Hochschulen wollen Ihnen mit dieser Veranstaltungsreihe zeigen, wie spannend Mathematik sein kann, wo man Mathematik anwenden kann und wie Mathematik in unserem täglichen Leben vorkommt. Wir starten heute mit einem Vortrag aus dem Bereich der Medizin. Frau Assistenzprofessorin Dr. Serreina Herzog von der Medizinischen Universität Graz und dort vom Institut für Medizinische Statistik, Informatik und Dokumentation wird Ihnen heute Mathematik, die ansteckende Mathematik, Infektionen näher bringen, Ihnen zeigen, welche Rolle die Mathematik auch in diesem immer und derzeit sehr aktuellen Bereich spielt. Nach dem Vortrag von Frau Herzog haben Sie die Möglichkeit, in einer Diskussion Fragen zu stellen oder Sie können auch schon während des Chats im Chat schriftlich Fragen stellen, die wir dann hoffentlich gut beantworten können. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Vergnügen und spannende Einblicke in die angewandte Mathematik. Willkommen zum Vortrag die ansteckende Mathematik. Woher kommt es, dass wir in den Medien Aussagen lesen und hören, wie zum Beispiel, dass die Grippewelle im Januar 2018 kontinuierlich auf ihren Höhepunkt zusteuert. Oder, dass wir im Dezember 2021 für Covid-19 sinkende Fall- und Spitalzahlen prognostiziert werden, wenn zu dieser Zeit die folgenden Fallzahlen zu sehen waren. Und was hat das mit Mathematik zu tun? Infektionskrankheiten können mathematisch modelliert werden, mit dem Ziel, die Infektionsausbreitung zu untersuchen bzw. zu beschreiben oder eben auch, um Prognosen zu erstellen. Aber alles der Reihe nach. Eine Infektionskrankheit ist eine Krankheit, die auf andere Personen übertragen werden kann. Wir starten mit einer Person, die noch nie mit einer Infektion in Berührung gekommen ist. Das heisst, sie ist gesund und noch empfänglich für die Infektion oder kurz gesagt infizierbar. Wird diese Person angesteckt, dann hat sie sich infiziert und ist in unserem Fall auch infektiös. Wie es weitergeht, hängt stark von der Art der Krankheit ab, um die es geht. Bei einigen Infektionskrankheiten können sich die Erkrankten zwar erholen, aber sich später wieder anstecken, wenn sie wieder mit kranken Menschen in Kontakt kommen. Ein Beispiel wäre ein Schnupfen. In unserem Schema würde das rote Smiley wieder grün werden. Bei anderen Krankheiten, wie zum Beispiel Windpocken, ist man nach der durchgemachten Infektion immun gegen eine erneute Ansteckung. Was passiert, wenn wir jetzt eine infizierte Person in der Population haben? Einfachheitshalber schauen wir uns nur 15 Personen an, wobei die eine infizierte Person zeitgleich auch infektiös ist. Ein Teil der nahestehenden Personen wird angesteckt und so kann sich die Infektion ausbreiten, wobei im Laufe der Zeit die infizierten Personen genesen. Bevor wir uns mit einem mathematischen Modell befassen, sollten wir uns erst einmal genau ansehen, was in unserem Beispiel gerade passiert ist. Grundsätzlich interessieren wir uns dafür, wie viele Personen sich wann und in welchem Gesundheitszustand befinden, das heisst infizierbar, infiziert oder genesen sind. Wir können uns auch das entsprechend in einer Grafik aufzeichnen. In unserem Beispiel sind zu Beginn, also zum Zeitpunkt 0, 14 Personen infizierbar, eine Person ist infiziert und keine ist bisher genesen. Im nächsten Zeitpunkt haben wir zwei Neuinfizierte. Das heisst, jetzt haben wir insgesamt drei Infizierte und somit nur noch zwölf Personen, welche die Infektion bekommen können. Ich habe die Grafik entsprechend ergänzt. Zum Zeitpunkt 2 geschehen mehrere Dinge gleichzeitig. Wir haben zwar vier Neuinfizierte, aber unsere erste infizierte Person in der Mitte hat sich jetzt von der Infektion erholt und ist jetzt genesen. Und so können wir das Geschehen weiter aufzeichnen bis zur vorerstletzten Beobachtung. Wir haben fünf Personen, welche die Infektion noch bekommen können, drei Infizierte und sieben genesene Personen. Jedoch ist es unrealistisch, dass Menschen über einen längeren Zeitraum an Ort und Stelle verharren. Deshalb gehen wir im Moment davon aus, dass alle alle treffen können. Somit hat jede Person die gleiche Wahrscheinlichkeit, mit einer infizierten Person in Kontakt zu kommen. Was wir also in unserem Modell wollen, ist eine Möglichkeit, die Dynamik einer Infektionskrankheit zu beschreiben. Das heisst, die Art und Weise zu beschreiben, wie sich eine Krankheit in der Bevölkerung ausbreitet. Wir möchten aber auch wissen, wie sich die Ausbreitung der Krankheit im Laufe der Zeit entwickeln wird. Wird die ganze Bevölkerung irgendwann die Infektion haben oder wird die Infektion nach einem nur kleinen Teil der Bevölkerung infiziert wurde, wieder verschwinden. Es wäre aber auch interessant, mit dem Modell zu untersuchen, welche Massnahmen sich wie auf die Ausbreitung bzw. Fallzahl auswirken könnte. Für den Anfang brauchen wir zwei Dinge in unserem mathematischen Modell. Erstens, wir müssen zu jedem Zeitpunkt wissen, wie viele Personen sich in welchem Gesundheitszustand befinden. Zweitens, die Infektionsdynamik muss im Modell wiedergespiegelt werden. Das heisst, wir müssen definieren, wann und wie viele Personen zwischen den Gesundheitszuständen wechseln. Zum ersten Punkt. Wir haben also Personen in unserer Bevölkerung, die entweder infizierbar, infiziert oder genesen sind. Aus der Perspektive eines mathematischen Modells würde es keinen Unterschied machen, wenn wir es mit einer Krankheit wie Ebola zu tun hätten, bei der infizierte Personen eher an der Krankheit sterben als genesen. Deshalb beschreibt man manchmal die letzte Kategorie genesen auch als entfernt. Im Sinne, dass die Personen nicht mehr direkt in der Infektionsausbreitung teilnehmen, da sie weder infektiös noch infizierbar sind. Wenn wir schon bei der Wortwahl zur Beschreibung der Gesundheitszustände sind, möchte ich noch die üblicherweise verwendeten englischen Fachbegriffe einführen. Susceptible, infected und removed. Die Anfangsbuchstaben der englischen Begriffe werden häufig als Abkürzung für die Beschreibung des Infektionsmodells genutzt. Das heisst, unser Beispiel ist ein SIR-Modell. Und mit den Funktionen S von T, I von T und R von T beschreiben wir die Anzahl der Personen, die sich zum Zeitpunkt T im jeweiligen Gesundheitszustand befinden. Jetzt zum zweiten Punkt. Die Infektionsdynamik. Wie ändert sich die Anzahl der Personen im jeweiligen Gesundheitszustand über die Zeit? Um die Dynamik unseres SIR-Modells zu beschreiben, müssen wir mathematische Ausdrücke finden, die erfassen, wie ein Individuum von S zu I und von I zu R wechselt. Das heisst, wir müssen die Häufigkeit dieser zwei Wechsel bestimmen. Einerseits die Infektionsrate und andererseits die Genesungsrate. Wir betrachten zuerst den Wechsel von S zu I. Wie wird eine Person infiziert? Damit sich eine Person anstecken kann, muss eine infizierbare Person mit einer infektiösen Person in Kontakt kommen. Dann könnte die Krankheit übertragen werden. Nehmen wir an, ich kann die Infektion noch bekommen und treffe andere Leute. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich auf eine infektiöse Person treffe? Je mehr Infizierte es gibt, desto wahrscheinlicher ist es, dass ich mit einer infizierten Person in Kontakt komme. Je mehr Kontakte ich mit Infizierten habe, desto wahrscheinlicher ist es, dass ich mich anstecke. Die einfachste Idee ist, dass die Wahrscheinlichkeit, mich anzustecken, proportional zur Anzahl der Infizierten sein sollte. Das heisst, in einem konstanten Verhältnis zur Anzahl der Infizierten. Nun bin ich vermutlich nicht die einzige Person in der Bevölkerung, die noch angesteckt werden kann. Wenn wir davon ausgehen, dass alle infizierbare Personen gleich sind, dann muss sich die Wahrscheinlichkeit, dass sich irgendeiner ansteckt, somit auch proportional zur Anzahl der Infizierten sein. Zusammengefasst, der Wechsel von S zu I, die Infektionsrate, sollte also proportional zur Anzahl infizierbaren Personen als auch proportional zur Anzahl Infizierten sein. Wenn wir Beta als Proportionalitätskonstante betrachten, können wir die Infektionsrate zum Zeitpunkt T als Beta mal S mal I schreiben. Dieser Parameter Beta ist eine einzige Zahl, die zwei Effekte kombiniert. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine infizierbare Person und eine infektiöse Person interagieren, sowie die Wahrscheinlichkeit, dass eine solche Interaktion zu einer Ansteckung führt. Das heisst, ein grosses Beta würde beispielsweise einer Bevölkerung entsprechen, in welcher es viele soziale Kontakte gibt und die Krankheit hoch ansteckend ist. Jetzt zum zweiten Wechsel. Wie erholt sich eine infizierte Person? Wie schnell ich mich von einer Infektion erhole, wird grundsätzlich unabhängig davon sein, wie viele Personen noch infizierbar oder schon genesen sind. Wenn wir ebenfalls davon ausgehen, dass alle infizierten Personen gleich sind und sich somit jede infizierte Person gleich schnell erholt, dann sollte die Genesungsrate proportional zu I sein, der Anzahl Infizierten. Wenn wir Gamma als Proportionalitätskonstante betrachten, können wir die Genesungsrate als Gamma mal I schreiben. Der Parameter Gamma gibt an, wie schnell sich ein Individuum von der Krankheit erholt. Zum Beispiel, wenn das Gamma klein ist, dann bleibt eine Person für eine sehr lange Zeit infiziert und hätte somit die Möglichkeit, während diesem Zeitraum viele andere Personen anzustecken. Bevor wir uns ein paar Beispiele anschauen, möchte ich unsere Überlegungen zum Modell in die entsprechenden Gleichungen übersetzen. Mit der Infektionsrate und der Genesungsrate beschreiben wir, wie sich der Durchfluss in den Pfeilen über die Zeit ändert. Oder anders formuliert, wie sich beispielsweise die Abnahme der Anzahl infizierbaren Personen über die Zeit ändert. Wir beschreiben somit die Ableitung von S von T und das tun wir auch für die Ableitung von I von T und von R von T. Die Infektionsrate beschreibt den Wechsel von S nach I. Deswegen einmal das Minuszeichen und einmal das Pluszeichen. Die gleiche Überlegung gilt auch für die Genesungsrate. Zusammengefasst, unser SIR-Modell wird durch ein Differenzialgleichungssystem beschrieben. Und wir müssen uns nur noch Anfangswerte definieren, das heißt, wie viele Leute zum Zeitpunkt 0 in welchem Gesundheitszustand sind. Wie man mit diesem Differenzialgleichungssystem weiterarbeitet, um auf eine Lösung zu kommen, werde ich im Rahmen dieses Vortrages nicht behandeln. Nur ganz grob, für die Beispiele, die ich zeigen werde, nutze ich numerische Lösungsverfahren. Für das folgende Beispiel mit unserem SIR-Modell starten wir mit einer Bevölkerung, in welcher 0,1 Prozent der Personen infiziert sind und alle anderen noch infizierbar sind. Ich habe aber gar mal so gewählt, dass eine infizierte Person im Mittel eine Woche infektiös bleibt. Und Beta habe ich auf 10 gesetzt. Wie zu erwarten, werden Personen infiziert und die rote Linie steigt rasch an, wobei der Spitzenwert schon innerhalb der ersten Woche erreicht wird. Am Ende der ersten Woche sind kaum mehr Personen da, die infiziert werden können. Wir können nur noch abwarten, wie alle genesen, bevor ab Woche 6 nichts Neues mehr passiert. Was könnten wir tun, um die Infektionsdynamik zu ändern? Wir könnten die Infektionsrate halbieren, indem wir beispielsweise die Anzahl der Kontakte reduzieren. Das hat zur Folge, dass der Anteil der Infizierten nicht so rasch ansteigt und der Spitzenwert reduziert wird. Das Maximum an gleichzeitig infizierten Personen kommt im Vergleich zum ursprünglichen Verlauf ein bisschen später. Und noch immer wird die ganze Bevölkerung aber die Infektion durchmachen. Wenn wir zusätzlich die Genesungsrate verdoppeln, sei es durch ein Medikament oder durch das Entfernen von infizierten Personen mittels Isolation, dann sehen wir das folgende Ergebnis. Der Spitzenwert beim Anteil der Infizierten wird nochmals reduziert und die Kurve flacht schneller ab. Und in diesem letzten Szenario werden ca. 12% der Bevölkerung die Infektion nie durchmachen. Wie kommt man jetzt auf diese Aussagen, die ich am Anfang erwähnt habe? Nehmen wir das Beispiel mit Beta gleich 5 und Gamma gleich 1 und fokussieren uns auf den Anteil der Infizierten. Das heißt, wir reduzieren die Grafik auf die rote Kurve. Jetzt tun wir so, als befänden wir uns in der ersten Woche und wären somit dort, wo der rote Punkt eingezeichnet ist. Wenn das unser aktueller Wissensstand ist bezüglich der Epidemie und wir davon ausgehen können, dass die Infektion von Interesse gut beschrieben werden kann mit einem SIR-Modell mit Beta gleich 5 und Gamma gleich 1, dann können wir anhand des Modells beschreiben, was passieren wird, wenn wir nicht eingreifen. Wir können die Prognose stellen, dass die Fallzahlen steigen und der Spitzenwert innerhalb der nächsten Woche erreicht wird. Die folgende Grafik weist aber auf die Problematik hin, die wir bei Prognosen haben können. Die violette Linie zeigt eine mögliche Alternative. Ein SIR-Modell mit Beta gleich 5, aber das Gamma ist ein bisschen kleiner mit 0,9. Die rote und die violette Linie sind zu Beginn sehr ähnlich und können somit beide plausibel die bisherigen Beobachtungen erklären, aber der weitere Verlauf ist unterschiedlich. Prognosen sind immer mit Unsicherheit behaftet, denn in der Realität kennen wir Gamma und Beta nicht einfach so, sondern müssen sie anhand von Daten schätzen und Schätzungen sind immer mit einer gewissen Unsicherheit behaftet. Wir haben uns das SIR-Modell als Beispiel ein bisschen genauer angeschaut, aber natürlich gibt es viele Möglichkeiten, diese Idee eines mathematischen Modells zu erweitern. Wir können unterschiedliche Infektionsverläufe modellieren. SI beispielsweise für Herpes, SIS beispielsweise für Schnupfen, wie zu Beginn erwähnt. Wir können aber auch andere Gesundheitszustände mit berücksichtigen im Infektionsverlauf. Infiziert, aber noch nicht infektiös zu sein oder zu sterben. Wir können auch sagen, dass wir die Population nicht nur nach dem Gesundheitszustand aufteilen, sondern beispielsweise auch nach Altersgruppen. Dann könnten wir berücksichtigen, dass Gleichaltrige sich vielleicht öfters treffen. Wenn wir beim Thema Treffen sind, je nach Infektionskrankheit ist die Art des Treffens relevant, da es unterschiedliche Übertragungswege gibt. Bei Tröpfcheninfektionen reicht es in der Nähe zu sein. Bei sexuell übertragbaren Infektionskrankheiten müssen wir uns mehr überlegen. Wer mit wem, wie oft und ob der Geschlechtsverkehr mit oder ohne Schutz stattfindet und noch einiges mehr. Wie wir schon anhand dieser sehr kurzen und noch unverständigen Liste sehen, müssen wir für unsere Beschreibung der Infektionsausbreitung mittels eines mathematischen Modells einiges überlegen und viele Entscheidungen treffen. Die Infektiologie ist ein großes und spannendes Gebiet und mathematische Modelle sind eine Möglichkeit, besser zu verstehen, was wir sehen und wie wir es möglicherweise beeinflussen können. Ja, Frau Herzog, vielen herzlichen Dank. Ich glaube, das war jetzt ein sehr spannender Einblick. Einmal, wie funktionieren solche Modelle? Welche Kriterien, welche Parameter spielen eine Rolle? Diese Modelle muss man ja dann auf die einzelnen Infektionen anpassen. Ich darf mich noch kurz vorstellen. Mein Name ist Karl Pfeiffer. Ich komme von der Fachhochschule Johanneum und ich darf das heute für die steirische Hochschulkonferenz moderieren. Derzeit gibt es im Chat noch keine einzige Frage, daher meine Frage. Sie haben es ja jetzt gezeigt, mit dieser strichlierten Linie. Prognosen, was bedeutet das? Wir kennen das ja gerade aus der Covid-Situation auch. Wie gut sind Prognosen? Darf man die überhaupt so ohne weiteres in den Raum stellen? Und was spielt dann noch eine Rolle? Wie kriegt man die beste Prognose? Die beste Prognose würde man natürlich bekommen, wenn man die Infektion sehr gut beschreiben kann und auch sehr, sehr gute Daten hat. Natürlich muss man sich immer bewusst sein, wie ich auch im Vortrag gesagt habe, jedes Modell beruht auf Annahmen und dementsprechend auch kritisch muss man sein. Was man aber machen kann, was ich jetzt nicht gezeigt habe, ist, dass man natürlich auch Unsicherheiten mit einbauen kann. Also wie sicher ist man sich bei den Daten? Wie sicher ist man sich auch zum Beispiel beim Infektionsverlauf? Also dass man sinnvollerweise auch unterschiedliche Modelle macht. Und ich weiß auch, dass vom Covid-Konsortium, glaube ich, nennt sich das, dass die mit Prognosen, dass sie sich da zum Beispiel auf drei ganz unterschiedliche Modelltypen einlassen, bevor sie dann eine Zusammenfassung machen. Wenn man diese Situation, also wir sind ja jetzt alle durch Covid natürlich Modell oder Prognose abhängig fast schon geworden. Das ist ja aber keine neue Wissenschaft in diesem Sinne, sondern Sie arbeiten ja schon sehr, sehr lange bei anderen Infektionskrankheiten an solchen Modellen. Können Sie uns vielleicht noch andere Modelle, die Sie schon verwendet haben oder andere Krankheitsbilder erklären und vielleicht was war dort die besondere Herausforderung? Und was macht denn Ihren Job, Ihre Tätigkeit an der Medizinischen Universität als Mathematikerin so spannend? Für die erste Frage grundsätzlich die anderen Infektionen, die man besser kennt, auch mit saisonalen Effekten, ist zum Beispiel die Grippe. Also da hat man natürlich Daten über sehr lange Zeit. Man hat auch ein standardisiertes System, wie Fälle aufgelistet werden. Ich selber habe in meinem Doktorat mit sexuell übertragbaren Infektionskrankheiten was mitgearbeitet. Da ist es ein bisschen schwieriger, an die Daten zu kommen, also vor allem mit der Frage, wie sich die Leute treffen und wie häufig und mit wem und wann. Weil das natürlich auch ein Tabuthema ist, ist aber trotzdem spannend für sich. Was für mich die Arbeit bei der Medizinischen Uni von der mathematischen Seite sehr interessant macht, ist, dass ich in der Anwendung bin. Also dass ich halt das, was ich mache, das, was ich erforsche, auch Konsequenzen haben kann und darf im Sinne von, ich darf helfen zu informieren, zu interpretieren, was wir sehen und was passiert. Jetzt nicht nur mit mathematischen Modellen, sondern auch mit klassischer Statistik. Also solche Fragen wie beispielsweise sollte man ein gewisses Medikament verabreichen, ja, nein, was spricht für das eine, was spricht für das andere. Wo ich aber natürlich immer den Input brauche von der medizinischen Seite und das ist eigentlich das, was mir wahnsinnig gefällt, auch mit mathematischen Modellen, die Arbeit mit Leuten aus unterschiedlichsten Bereichen. Das kann ich ja gut nachvollziehen, weil ich habe ja auch viele Jahre in diesem Bereich gearbeitet. Aber ich habe jetzt eine sehr spannende, schon sehr spezifische Frage, aber Sie haben ja in Ihren Modellen gezeigt, Sie brauchen gewisse Parameter, um so ein Modell, diese Simulation quasi machen zu können. Wie kommt man denn zu diesen Parametern? Wir nennen das ja in der Statistik Parameterschätzung. Wie gut sind diese Schätzungen und wie geht man daran, dass man da zu validen Daten kommt? Die beste Variante wäre natürlich, dass man vom Gesundheitswesen alle Fälle möglichst zeitnah aufzeichnen kann. Also dass wir wirklich wissen, wie viele Leute sind akut gerade infiziert. Dann könnte man oder dann kann man mit so einem Modell, mit auch wieder numerischen Verfahren, die Parameter schätzen. Also diese Parameter Beta für die Infektionsrate bezüglich der Genesungsrate braucht man natürlich auch Beobachtungen. Also wie schnell erholen sich die Leute oder ab welchem Zeitpunkt sind sie nicht mehr infiziert. Und das ist an und für sich eine der schwierigsten Aufgaben. Ein Modell, das wie ich jetzt gezeigt habe, auch andere zu programmieren und einen Wert einzusetzen und laufen zu lassen, das ist einfach. Den richtigen Wert zu bekommen, das ist die Herausforderung und diesen auch zu interpretieren, das ist dann der nächste Schritt. In so einem Modell steckt ja sehr, sehr viel Mathematik drin, das dann zwar wichtig ist, dass man das visualisiert und eben entsprechend kommuniziert. Wenn Sie jetzt mit solchen Modellen arbeiten, arbeiten Sie mit Bleistift und Papier oder schreiben Sie selber Programme? Oder wie schaut denn die Tätigkeit einer Mathematikerin in der Medizin auch im technischen Bereich aus, sodass man ein gutes Gefühl kriegt, okay, das könnte auch für mich, für den einen oder anderen, der überlegt, was er studieren sollte, ein spannendes Feld werden? Grundsätzlich, man muss gern diskutieren mit den Leuten. Also, wenn ich ein neues Projekt herantrete und sei es jetzt zum Beispiel für solche mathematischen Modelle, aber auch andere, stelle ich unglaublich viele Fragen zum medizinischen Hintergrund. Und bei mathematischen Modellen fange ich wirklich mit Bleistift und Papier an, das heißt, das, was gezeigt wurde in der Grafik mit den Kästchen und SIR, das ist das, was ich dann diskutiere, weil den Verlauf einer Infektion, das ist natürlich das Relevanteste. Können sich die Leute wieder infizieren? Ja, nein. Wenn ich dann im Gespräch mit Epidemiologen, mit Medizinerinnen zu einem, sagen wir, momentanen Lösung komme, dann programmiere ich natürlich schon die Modelle, nutze aber auch sogenannte freierhältliche Software, um das zu implementieren. Und wenn ich die Daten bekomme, dann muss ich natürlich auch mit den Leuten sprechen, die die Daten gesammelt haben, weil die wissen am besten, was es gibt für einen zeitlichen Versatz, was müssen wir beachten, ist positiv gleich infektiös und viele weitere Details. Und auch wenn ich dann ein Modell habe und diese Parameter geschätzt habe, die Interpretation findet dann auch wieder im Gespräch statt. Und relativ ähnlich haltet sich das auch für andere Projekte, wenn klinische Studien durchgeführt werden, viele Fragen, was ist es für eine Krankheit, was ist die Frage, die beantwortet werden soll mit der Statistik, wie messen wir gewisse Sachen, also Erfolg von einem Medikament oder ein Erfolg von Physiotherapie. Und das dann umzusetzen in die Technik, das ist eigentlich das, was ich interessant finde, aber ich kann nie alleine arbeiten, also im positiven Sinn. Also es ist immer eine Zusammenarbeit. Das heißt, für mich ist eigentlich die Gesprächsbereitschaft ein wichtiger Punkt in meinem Alltag. Jetzt kommen schon noch zusätzliche Fragen, die dann vielleicht auch zeigen, wie komplex diese Modellierung dann werden kann. Eine Frage ist gekommen, wie können in solchen Modellen, die Sie gezeigt haben, zum Beispiel Eingriffe in den Infektionsverlauf, wir kennen das jetzt alle von Covid, Impfungen und so weiter, wie können solche Eingriffe modelliert werden? Das wird ja dann schon etwas komplexer in der Modellierung. Definitiv und vielleicht am einfachsten, wenn ich das kurz aufzeichnen kann, wäre, also beispielsweise, wenn wir bei diesem SIR-Modell bleiben, also dieses Susceptible Infected Infectious Recovered, können wir natürlich auch andere Gesundheitszustände dazu führen. Das heißt, wir hätten zum Beispiel eben für geimpft den englischen Brief vaccinated und anstelle, dass wir jetzt nur zulassen, dass die Leute sich infizieren können und infektiös sind, sagen wir natürlich, wenn wir Leute frühzeitig erwischen, sie impfen, sie geimpft sind, dass wir sie in einem anderen Teilbereich bearbeiten und dann gleich wie die Leute zum Beispiel in dem Recovered Compartment sagen, die nehmen nicht mehr aktiv am Infektionsgeschehen teil, im Sinne von, die können nicht mehr infiziert werden und sie sind auch nicht infektiös. Diese Annahmen kann man natürlich auch abschwächen, was auch sinnvoll ist, je nachdem, welche Infektion man sich anschaut. Aber jetzt wird es noch eine Spur spannender und man sieht einfach, welche Herausforderungen da sind und wie spannend das wird. Jetzt ist die Frage gekommen, na ja, das schaut ja noch so über eine große Population aus und man hat Kontaktpunkte. Kann man auch berücksichtigen, dass es solche, wir nennen das Cluster zum Beispiel in einer Familie gibt oder im Büro, das heißt, man trifft immer wieder die gleichen Personen, dann ändert sich ja die Kontaktrate mit den gleichen. Also das kann schon ein ziemlich komplexes Modell werden, oder? Genau, also das ist absolut auch eine legitime Frage und je nachdem, was man sich anschauen will oder wo man sich auch denkt, dass das wirklich wichtig ist und diese Clusterung von Familie und Arbeitsplatz ist natürlich etwas, muss man sich dann auch überlegen, ob man den Modelltyp wechseln muss. Also das, was ich jetzt hier gezeigt habe, wo wir sagen, wir machen es uns ein bisschen einfach, alle Leute, die gleich sind, also eben Gesundheitszustand oder eben auch Altersgruppen, die packen wir zusammen und die verhalten sich alle ähnlich. Da ist es jetzt schwieriger, eine Familie reinzumodellieren, außer ich hätte so ein kleines Cluster, Familie 1, 2, 3, 4, aber dann wird es ein bisschen schwieriger, damit zu arbeiten. Deswegen kann man auch Modelle nehmen, die sogenannt auf Individuen basiert sind, also individuell basierte Modelle, die funktionieren auch ein bisschen anders. Da modelliert man im Prinzip jede Person in der Population, natürlich jetzt nicht gerade die 8 Millionen oder 9 Millionen, sondern man probiert, das repräsentativ zu machen, wo man dann berücksichtigt, dass es diese Familienstrukturen gibt und Arbeitsplätze kostet mehr Rechenaufwand. Also solche Modelle sind manchmal auch schwieriger zum Interpretieren, aber sie haben natürlich ihre Legitimation, dass man sie auch wirklich nutzt. Und eines der drei Modelle, die auch genutzt werden für Österreich, ist ein sogenanntes auf Agenten basierendes Modell. Gut, jetzt sind wir dann schon wirklich in dem ganz spannenden Bereich, aber ich glaube und ich hoffe, wir konnten Ihnen, sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, zeigen, Mathematik im Alltag, jeden Tag hören wir von Prognosemodellen, Covid ist so präsent, wie wir es vielleicht uns nicht wünschen würden, aber es ist so und es ist eben wichtig, wie auch Frau Herzog gesagt hat, das in die Praxis umzusetzen. Und das ist das Ziel, das wir in der Mathematik, in der angewandten Mathematik verfolgen, eben auch für die Gesellschaft wertvolle Beiträge zu leisten, um dann zu sehen, zum Beispiel, welche Auswirkungen haben Interventionen, dass man das richtig abschätzen kann. In diesem Sinn bedanke ich mich bei Ihnen, Frau Herzog, für Ihren Vortrag und auch für die durchaus spannenden Beiträge. Es ist jetzt noch gekommen, brauchen wir noch dann irgendwann den Superrechner, also wir könnten jetzt gleich den Bezug zu Herrn Zeilinger herstellen und sagen, müssen wir die nächsten Modelle dann mit Quantencomputer rechnen, aber das wird noch ein bisschen dauern, aber vielleicht für die jungen Leute, die uns zuhören, eine weitere spannende Herausforderung. Vielen Dank für Ihr Interesse und ich darf Sie gleich jetzt einladen, am 19. Oktober, also heute in 14 Tagen, und wir werden in Abständen von 14 Tagen immer so eine Vorträge präsentieren, zum Thema angewandte Mathematik. Bitte schauen Sie auf die Homepage, welche Themen es sind, locken Sie sich ein, hören Sie uns zu und vielleicht wecken wir Ihr besonderes Interesse an der Mathematik oder vielleicht, ich gehe auch davon aus, dass viele Lehrerinnen und Lehrer dabei sind, vielleicht können Sie Ihren Schülern einmal zeigen und sagen, schaut es euch das an, was die Mathematik alles kann. Die ist keineswegs, wie Sie jetzt gesehen haben, ein trockenes Fach, sondern ein Fach, das durchaus spannend sein kann und das Begeisterung auslöst. Also ich freue mich, wenn wir wieder in 14 Tagen ein großes Publikum haben, bedanke mich und wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend. Dankeschön an alle Beteiligten. Danke. 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 Danke.